Moderne Lichttechnik erfordert im Werkstattalltag neue Vorgehensweisen und ist teilweise mit Schwierigkeiten verbunden. Nicht mit unserer Diagnoselösung DOD. In diesem Video zeigen wir euch, wie einfach das Anlernen von LED-Scheinwerfern sein kann. In diesem Fall haben wir ein Auto, wo der LED-Scheinwerfer defekt ist. Und wir wollen hingehen und wollen den natürlich anlernen. Es gibt verschiedene Sachen zu beachten und das zeigen wir euch jetzt hier. Das heißt, ein LED-Scheinwerfer ist zum Beispiel auch in vier verschiedene Lichtklassen eingeteilt. Ja und damit das Steuergeld den richtigen Stromwert einstellen kann, muss es natürlich wissen, welche Lichtklassen die LED-Scheinwerfer haben. Und diese Lichtklassen, die sind zum Beispiel auf Stickern, wo zum Beispiel ein Barcode drauf ist oder ein QR-Code drauf ist, hinterlegt. Dann kann man quasi sehen, was passt zu dem Fahrzeug und dann kann man das darüber dann auch kalibrieren und codieren. Ja und wird ein Steuergerät getauscht, dann muss ich halt eben den BCI-Code, dem Fahrzeug, mitteilen. Genau. Was du damit meinst, natürlich kann man ja auch LED-Steuergeräte einzeln tauschen. Ja und wenn man das hier mal sieht an dem Scheinwerfer, dann haben wir hier einen mit einem QR-Code. Das ist jetzt von Mercedes. Der ist jetzt hier auch gut einsichtbar. Kann natürlich aber auch sein, die Erfahrung hat uns das gezeigt, dass dieser Aufkleber auch gern mal irgendwo um die Ecke geklebt wird oder auch unten dran klebt. Das wissen wir ja, seht ihr sobald ihr den Scheinwerfer auspackt. Und da könnt ihr dann hingehen und könnt euch gleich absichern und das Ding sicherstellen. Natürlich würde bei so einer Frage auch unser DOD-Team euch unterstützen. Hier ist aber eine Bitte, die wir haben, bitte eine E-Mail schreiben. Es gibt eine extra E-Mail-Adresse für unser DOD-Team. Dann blockiert ihr auch die ganzen Anfragen im DOD-Team nicht und ihr kriegt sie auch alle beantwortet. Genau. Und die E-Mail-Adresse, die ihr dafür braucht, ist auch unten in der Beschreibung eingeblendet. Ja, und dann noch ein kleiner Buddy-Tipp. Ja, den BCI-Code einfach vorher den QR-Code abfotografieren oder notieren, falls ihr ihn im Anschluss noch mal braucht. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit unserem DOD-Gerät. Da. Da. Vielen Dank.